Muss das unbedingt Aquavion Sky sein oder kann das auch so ein anderes Sky Modpack sein wie Sky Factory? Weil Aquavion Sky sein, die sich das mittlerweile schon ein bisschen aus... Was ist denn jetzt los? Na? Hä? Ich hab mein Bild jetzt komplett auf den Kopf gefallen oder? Anscheinend schon. Drei, zwei, eins. Flitzekuh. So. So. Ja, komm. Ja, hapa, hapa, hapa. Ja, buchi, guchi. Ja, lecker ham ham und so. Ja, komm. Ja, om, nom, 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 nom. Eine von meiner schon gefressen. Ja, komm. Emma, beweg dich. Ist jetzt irgendwann mit meinem Internet los oder was ist los? Nö, ich hab mich mit dem 24 auflegen. Okay. Gut. Ich würd sagen, da klappt der jetzt so super gerade mit dem Aufnehmen ohne Crazy und so. Ich würd sagen, ich unterbreche mal. Oh. Ich beende jetzt hier erstmal die Aufnahme und schau mal, ob dann später mal ne Aufnahme folgt, wenn Crazy wieder da ist. Wenn euch diese kleine Aufnahme gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht. Wieso verkacke ich in letzter Zeit immer meinen Spruch? Ich wollt grad sagen, Aufnahmen, Anmerkungen. Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut doch auch mal beim Backerman vorbei oder beim Bia Butzemann. Okay, sind wir gleich. Beim Streetdigger oder beim Trivolo. Und ich würd sagen, das wär's für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. So. Nachdem wir eben die Aufnahme unterbrochen haben, geht's dann doch jetzt wieder weiter. Der feine Herr ist ja wieder da. Ja, nach einem schönen Stromausfall. Mhm. So. Wir hatten eben noch mal kurz Besuch von Baker und von Butze. Und die haben uns erklärt, dass es da doch kein Problem gab. Irgendwie gab's da einen kleinen Fehler oder so. Keine Ahnung, was da war. Ja, auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Ich hab's grad noch so geschafft, in letzter Sekunde es halt fertig zu craften. Ich mach mal schnell die Musik um. Auf jeden Fall war es mal wieder sauknapp. Und es ist dann doch bei 45 Toten geblieben. Wir kriegen noch die 50. Die 50 kriegen wir schon noch voll. Und ich würd sagen, wir haben uns mit Fackeln vollgemacht. Auf ins Deep Dark. Äh. Äh. Downloading. Ah, jetzt. Bist du da? Ja. Ich musste erst mal 15 mal draufklicken. Ja, jetzt erst mal. Es wurde ja gerade erst mal erstellt. Ah, okay. Aber ich würd sagen, ich schreib mich dann hier schon mal runter. Nein! Ich will dabei sein. Du bist doch schon da, oder? Nee. Wo bist'n du? Ich häng immer noch bei Minecraft im Ladeschiff. Ach so. Ich dachte du wärst schon bei mir. Nö, du bist geläftet. Ah, schon wieder. Geil! Weil's jetzt bei dir gecrashed ist, hab ich echt keinen Bock mehr. Geil, du hast nicht gecrashed. Ich hab mal wieder Socket Reset. Ah. Boah, ich muss grad nicht mehr was trinken. Ach ja, dann sollte man mir gerade anhören, dass ich ein bisschen demotiviert bin. Tut mir leid. Aber ich hatte gerade eine nicht so schöne Nachricht gehört. Und ich will mich halt irgendwie ablenken. Ich hoffe, das kann ich mal gerade verzeihen. Ähm, ihr wirst da rundlegen. Ich mach keine Aufnahmen, wenn's über Scheiße geht. Aber hier mach ich jetzt echt meine Ausnahme, weil ich will mich echt irgendwie ablenken. Mach's ruhig. Fertig. So, wie lange brauchst du noch? Keine Ahnung. Renett, mach einfach schon mal weiter. Ist mir scheißegal. Gut. Ich baum mich dann hier runter. Schön ausleuchten. Weil das Besondere am Deep Dark ist, in der Dunkelheit kriegt man Schaden. Äh, als ob das uns mit unseren 30 Leben jucken würde, ne? Ja. Wir haben direkt vor unserer Fresse, haben wir ein Tempel. Natürlich. Warte, ich bin sofort wieder da. Ging jetzt doch schneller als gedacht. Hier hat's gerade rum gemacht. So, ich hab hier mal eine kleine Basis gemacht. Ich mach hier mal so eine kleine Ausfüllung. Wo wir dann so einen kleinen Unterstoff machen können. Da können wir ja mal gucken, dass man vielleicht hier noch ein Mechanism Portal hinsetzt. Oder? Ja. Können wir? Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, bin da. Darf ich rein? Wo bist du? Wo? Äh, da packt ein Zombie in der Wand. Der packt nicht rum, der steht daneben. Echt? Weil wer war da in der Wand? Man sieht ja schon gerade, die halten hier einiges aus. Weil der Kollege hier hat schon viel mehr Leben. Da kann ich mit... Alter, wie viel der tankt. Alter! Also... Der Schaden hier in der Dunkelheit ist nicht normal. Wieder fast tot. Das ist echt nicht ohne. Wenn du willst, kannst du gerade hier rein, ne? Ich mach für dich auf. Ja, mach mal auf. Alter, Finne. Ich wurde mich mal, weil er nach unten... Loll! Ich würde nicht komplett runter gehen, Christian. Warum nicht? Ähm, wenn so ein Loch ist, da wirst du von eingesaugt. Okay. Ich hätte natürlich mal früher sagen können. Ähm. Ja. Soll ich vielleicht nochmal zurück gehen und uns Tränke holen? Wäre nicht schlecht. Ja, wo geht's denn wieder hoch? Ach! Ja. Das mit den Stahlrüstungen macht das Ganze ja nicht einfacher. Mit den Stahlschwertern, die die hier haben. Ich meine, ich hab schon ein starkes Schwert und bin schon gut gerüstet, aber nein. Nein. Okay. Jetzt wird's abgehen. Sag mal, wo bist du gerade hingeflogen? Ja. Ja, genau. Wo kommt der Zombie auf einmal her? Der ist bei mir 50 Blöcke weit entfernt. Ich versuche mal, bis zum Tempel auszuleuchten. Ich versuche mal, bis zum Tempel auszuleuchten. Ja, ja, das fehlt noch. Ja, ja, das fehlt noch. Ähm. Josh? Ja? Ich hab nur ein Problem, ich komm hier nicht runter. Äh, ja? Ja. Irgendwie Scrap aufbauen und mehr hochbringen? Oder geht das nicht? Moment. Hopfer ist alles drin. Slash Home. Okay. Wo bist du? Warte. Ist das ein verkackter Ernst? Wo war ich grad drin? Ich glaub, da war's grad MME drin. Geil! Ach, einfach mal im Surfer. Flupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupfl Ich glaube ich mach dann doch mal so ein Advanced Plating für meine Rüstung, für den Kopf, dass ich das überlebe. Weil ich sehe da so ein bisschen Pechschwarz. Ich bin schon mal wieder unten. Wieso craftet ihr jetzt keinen Circuit? Was für einen Circuit brauchst du denn? Ich brauch einen Advanced Circuit. Na ja, die Advanced Circuit werden schon die ganze Zeit vom Craften, vom Ding klappen auch. Super. Dann musst du mal zur Sample Maschine gehen und schauen ob da irgendwas ist. Da ist ein Possessor-Circuit-Board drin. Okay. Dann musst du warten. Aber keine Advanced Circuit-Boards sind drin. Vielleicht muss man eigentlich im Deep Dark nach oben gehen. Ähm, nach oben eigentlich nicht so weit unten sind die meisten Ärzte. Ja, aber der Mangel will ich oben gerne aufstellen. Ähm, ganz ehrlich, das bringt das nicht. Das ist ein Furz, das wir da kriegen. Oben. Ja, meine läuft ja von oben bis ganz nach unten durch. Ja, aber das was... Da kannst du ihn gleich oben stehen lassen, bin ich ehrlich. Äh, unten. Weil... Ich drück's mal so aus, weil da kriegst du vielleicht 10 Kohle mehr oder so. Ich drück's mal so aus. Wie ist das Ding? Dann unsere Nage weiterfüße-Bereich wird also auf dop. Ich drück's mal so aus. Also, ich drück's mal so aus. Dann ist das Ding. Wie soll ich dieses Ding vor. Ich drück's mal so aus. Und dann auch so aus. Dann kann ich dir noch mal so aus. Und dann machrt das drück. Wie soll das Ding. Du drückst du blond? Weißt du, was ich gerade glaube? Was? Ich glaube, der D-Ai ist wieder abgeschmiert. Hm, bezweifle ich. Nee, nee, weil gar nichts mehr gemacht wurde. Nicht mal normaler Circuit wurde gecraftet. Nein, es ist gar nicht überlastet. Und man weiß dir mal irgendwo die Anzahl, die noch gecraftet werden müssen, von Energy Flow Service auch. Und dann beenden wir den Prozess. Ähm. Ja? Man kann den Miner oben nicht aufstellen. Warum? Oben ist Badrock. So, 252 sind wieder am Craften. So, Elektrum. Jetzt sind auch wieder alle am Arbeiten. Ja, immer diese Probleme mit dem Ae. Ja, das ist echt aufgeschmiert. Habe ich drin. Habe ich drin. Da habe ich nicht drin. So, jetzt habe ich auch komplett die Arizona drauf. So, ich komme wieder rein. Ich helfe dir mal kurz beim Abbau. Nein, nein, eine unsichtbare Macht die Steine auf.